so hallo leute ich bin immer noch auf der niers und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen wie ein eisvogel aussieht im strahlenden sonnenschein er sitzt da noch auf dem ast ganz geradeaus ein bisschen rechts da so ich versuche mal das blöde ist natürlich ich kann nicht gleichzeitig paddeln und mich nähern das ist natürlich etwas blöd ich gebe mal ja wie mache ich das jetzt jetzt fliegt er weg der alte bursche schade kann man nicht sehen wo ich vermute mal es kann nicht sehen also glaubt mir es war ein eisvogel trotz strahlenden sonnenschein wollen ist man widerspruch in sich aber gibt es tatsächlich und aber ich habe ja wie gesagt ein t shirt an insofern ist das mit der kälte und dem vogel nicht ganz so schlimm genau ich wünsche euch was bis die tage man hört und sieht sich und ich möchte meine mutter grüßen und natürlich den kollegen david der den ganzen tag wieder in meinem neuen wie nennt man das heim unterkunft hacienda in meiner burg zugange war er hat auch den beinamen rigips david also weil der sich wunderbar mit dem rigips auskennt ich wünschte was tschüss